Hallo, herzlich willkommen hier vor dem Konvent St. Mark bei den Josefschwestern. Das ist der Ausgangspunkt für unseren Motorrad-Pilger-Ausflug im nächsten Jahr in Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung und dem Christlichen Schul- und Erziehungsverein. Wir machen uns auf, um in den Vogesen nach Orten katholischer Tradition zu schauen, um zu schauen, was sie mit unserer Spiritualität, mit der Suche nach Sinn, nach Leben und nach Inhalt zu tun haben könnten. Wenn ihr Lust habt, dann seid doch einfach dabei. Wir blenden euch das Datum ein und auch die Adresse, wo ihr euch anmelden könnt.